So, wir sind hier am Lech, genauer gesagt, kurz vor Landsberg am Lech und ich habe hier eine wunderschöne Luftballon gefunden, von der Schwettinger Zeitung, der Hockenheimer Tageszeitung, mit einer Postkarte, die ich an die Emilia Kolb schicken werde, dann freut sich ganz bestimmt, wie weit ihr Luftballon da geht. Und Popi ist das beste Fischpartei für eine neue Markierung. Wirst du verarscht und weißt du gar nicht, hm? So.